Hallo, hier ist mal wieder der Maik, euer angeblicher Terrorist und in meinen Videos geht es wie immer um Überwachung. Circa 7000 Leute werden im Moment in Deutschland feige aus dem Hinterhalt vom Startschutz überwacht. Dazu benutzt man Tesla-Spulen, wie ihr es hier auf diesem Foto seht. Und so in etwa hier können auch Geräte aussehen, mit denen ihr zu Hause überwacht werdet. Ja, meistens sind diese Geräte auf alle Himmelsrichtungen verteilt, also unter euch, über euch, wie ihr das hier auf diesem Bild seht. Und eine Möglichkeit, diese Überwachungsgeräte ganz einfach zu finden, ist diese FLIR One Kamera für iPhone oder für Android. Ihr seht hier die neueste Version und hier ist auch ein älteres Modell, das bekommt ihr auf Ebay gebraucht für 100 Euro circa. Ihr könnt es aber auch ausleihen, falls ihr ein iPhone 5 habt, für 30 Euro in 5 Tagen. Ansonsten Amazon 219 Euro oder halt gebraucht, wie gesagt, ab 100 Euro. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass man jedes Überwachungsgerät, was der Startschutz benutzt, identifizieren kann. Und zwar durch einen Fehler in der FLIR One Kamera. Diese Funktion, die ich euch hier zeigen werde, die ist nicht so gewollt, aber sie existiert. Und jetzt erstmal die Frage, wieso solltet ihr denn überhaupt wissen, wo ein Überwachungsgerät in eurer Wohnung, in der Wand oder bei einem Nachbar versteckt ist? Die Begründung ist ganz einfach. Im Allgemeinen zahlt ihr den Strom für dieses Überwachungsgerät, weil es an euren Stromkreislauf angeschlossen ist. Entweder direkt an eure Sicherung oder außerhalb. Ich zeige euch hier mal ein Foto. Also der untere Teil, das ist mein Sicherungskasten und da geht ein dickes Kabel zu dem Kasten links rüber. Und da seht ihr im nächsten Bild, da steht sogar Eifelstraße 4. Ich wohne in der Eifelstraße 6. Das heißt, mein Strom geht rüber auf das Nachbargrundstück. Und ich zeige euch mal gerade das Stromkabel, mit dem der rüber geht. Und dort sind dann Überwachungsgeräte angeschlossen und für die muss ich bezahlen. Auch für dieses Überwachungsgerät hier, was in den Salon geht, der Familie über mir. Es ist alles sauber beschriftet worden an unserem Sicherungskasten. Peinlicherweise. Und deshalb habe ich natürlich auch ein Recht zu erfahren, was mit meinem Strom passiert. Ja, weil es ist ja wohl ein Unterschied, ob ich 40 Euro Strom zahle pro Monat oder wie in meinem Fall mittlerweile 85. Ja, weil so viele Geräte dran hängen. Bevor wir also jetzt zu dem tollen Trick kommen, den ich euch zeige, mit dem ihr Überwachungsgeräte mit der FLIR-WAN-Kamera finden könnt, möchte ich noch einige Zuschauerfragen beantworten. Es geht um das Video Startschutz zerstört neuen Pkw nach 62 Kilometern, was schon 16.000 Leute von euch gesehen haben. Und die Frage von euch war, ob das Video was gebracht hat, ob die Überwachungsgeräte ausgebaut worden sind. Und da muss ich sagen, die sieben Überwachungsgeräte, die ich gefunden habe, die sind nicht ausgebaut worden. Im Gegenteil, es sind noch fünf dazugekommen. Und ich zeige euch mal gerade die Stellen. Überall, wo ihr hier blaue Sterne seht, sind Überwachungsgeräte verbaut. Hier sind es Armaturenbrett, gelbe Sterne und auch von außen. Und der absolute Hit, es ist tatsächlich die Batterie, die unter dem Fahrersitz ist, ein Überwachungsgerät eingebaut worden. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso? Und es ist ganz einfach, um die Batterie abzustellen. Ihr seht hier, wie ich heute versuche, das Auto zu starten und die Batterie hat nicht mehr gelangt, um die Instrumente zu beleuchten. Ansonsten hatte ich mir noch ein schönes Schlafsofa gekauft. Ihr seht es hier. Auch das musste ich aus dem Auto entfernen, weil der Leiter des polizeilichen Startschutzes Offenbach so klug war und meinte, er müsste in den Rahmen dieses Schlafsofas Überwachungsgeräte reinmachen, dass man schön beschossen wird, wenn man sich da drauf legt. Eine wirklich tolle Idee. Und ich musste dieses Sofa entsorgen. Wir kommen zurück zur FLIR-WAN-Kamera. Und da sehen wir hier eine Funktion, die ich euch mal näher erläutern möchte. Es wird nicht nur ein Infrarotbild aufgenommen von dieser Kamera, sondern auch ein normales Bild. Was dazu dient, die Konturen eines Gegenstandes zu zeigen. Ihr seht hier einen Pkw und da seht ihr, dass man die Form des Pkw sehr gut erkennen kann mit dieser Infrarot-Kamera, weil noch ein zweites Bild drüber gelegt ist, nämlich ein normales. Das taugt als Kamera natürlich nicht viel, aber um die Konturen zu zeigen, langt es wunderbar. So, im nächsten Bild möchte ich euch zeigen, wie die FLIR-WAN-Infrarot-Kamera Temperatur darstellt. Wir sehen hier auf der linken Seite dieses Blaue, Blau und Schwarz. Das sind so Temperaturen von 10 bis 25 Grad. Und wenn es orange ist, ist das normalerweise so eine Temperatur von 30 bis 35 Grad. Und wenn eine Sache im Gegenstand richtig heiß ist, dann wird das so Gold dargestellt, beziehungsweise richtig weiß. Ich zeige euch das hier nochmal an der Kaffeetasse in Fahrenheit. In diesem Bild sehen wir den Rand einer Kaffeetasse und der Kaffee darin, der ist weiß, also der ist ganz heiß. Und der Rand dieser Kaffeetasse hat 72,7 Grad Fahrenheit. Das sind ungefähr 25 Grad. Und wenn ich das Fadenkreuz dieser Infrarot-Kamera genau auf den Wasserstrahl halte, der in die Tasse geht, da sehen wir 135 Grad Fahrenheit. Das entspricht so in ungefähr 45 Grad Celsius. So, und jetzt kommen wir zu dieser Fehlfunktion, die die Kamera hat, wenn sie auf Skalarwellen trifft. Skalarwellen sind die Wellen, die von einer Tesla-Spule abgestrahlt werden. Und da seht ihr hier zum Beispiel ein Fenster, hinter dem eine Tesla-Spule ist, ein Überwachungsgerät. Und ihr seht die weiße Farbe, die normalerweise für 45, 50 Grad steht. Und da steht jetzt plötzlich im Fadenkreuz 2 Grad. Und das ist ein eindeutiger Beweis, dass dort eine Tesla-Spule bzw. ein Überwachungsgerät dahinter steht. Ein weiteres Beispiel hier aus meiner Wohnung. Ihr seht hier diesen weißen Fleck in der Wand. Ich zeige nachher, zu was der dazugehört. Und daneben steht 14 Grad. Und es kann nicht sein, dass ein weißer Fleck 14 Grad nur hat. Da muss Strahlung eines Überwachungsgerätes durchkommen. Ich zeige euch das nochmal hier, wie das aussieht, wenn kein Überwachungsgerät im... Da seht ihr hier die weiße Farbe und das Fadenkreuz ist ein bisschen neben der weißen Farbe und zeigt hier 42,2 Grad an. Also überall, wo weiß ist, müsste normalerweise 50 Grad stehen, so circa. Und wie wir in dem Foto eben gesehen haben, sind hier auf diesem Bild nur 14 Grad abzulesen. Das heißt eindeutig, da kommt Strahlung eines Überwachungsgerätes durch. Ihr wisst ja, dass ihr mit jeder EMF-App für euer Handy relativ sicher feststellen könnt, dass ihr überwacht werdet. Nämlich dann, wenn die Strahlung größer als 450 Milligauss ist, egal wo ihr seid. Aber mit der FLIR-One für iPhone oder für Android-Handy könnt ihr ganz eindeutig beweisen, dass in irgendeiner Wand oder aus irgendeiner Richtung Strahlung kommt, mit der ihr überwacht werdet. Und das kann ganz wichtig für euch sein, zum Beispiel, wenn ihr einen Anwalt einschalten wollt oder bei der Polizei eine Anzeige machen wollt. Ja, das war für heute wieder der Mike, euer angeblicher Terrorist. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Tschüss.